So Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir Yoshi gesehen und in dem Part geht sie jetzt wirklich auf zu Klebekokons und irgendeine Spinne, wie hieß das nochmal? Zeig mal her. Klebekokons und Königsspinne, diesmal wirklich. Ja. Wer ihn letzten Part nicht gesehen hat, kann ja reinklicken. Da haben wir, wie gesagt, Yoshi gesehen, Secret Star. Und was mit dem Toad geschehen ist, wissen wir auch. Der hat den Powerstern gefunden, aber war zu blöd, ihn nach Hause zu bringen, den Powerstern. Und jetzt müssen wohl wir wieder ran. Naja, war nicht zu blöd, ihn nach Hause zu bringen. Anscheinend ist er ja zu Pilzbrei verarbeitet worden. Also so klingt es auf jeden Fall laut. Und dann, unseren Pilzboss, hier, K, wie man den jetzt nennen soll, auf jeden Fall, hat der Typ gesagt, dass der andere Toad nicht mehr zurückgekommen ist. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne die ganze Zeit eigentlich still sein und euch die schöne Musik hier genießen lassen, aber dann wäre es ja kein Let's Play mehr. Ja, denn die ist so schillig einfach. In dem kleinen Labyrinth einfach den Stern finden und schon seid ihr frei. Dann kommt ihr ein paar Fernstecher mitnehmen. Wenn man Bock hat, man kann sie auch liegen lassen. Gerade nicht das Beste, ne, Freunde, wenn man sie liebt. Was ist so schön gemacht. Eigentlich dachte ich, ich könnte euch alles so nach der Reihe fertig machen. Und bist du... Hey, ihr Felsen, zieh mir mit dem blauen Ding auf mich und zieh doch drücken von A. Ja, also ich würde sagen, der Toad geht in die Weiten des Weltalls, ne, Dude. Arrivederci. Ja, Hauptsache, es macht Spaß, nicht wahr? Und was der Toad kann, können wir auch. Nur ich glaube, es wäre nicht so schlau, wenn wir uns in die Weiten des Weltalls katapultieren, sondern einfach den Münzen lassen. Ähm, ich würde da gerne raus, kann ich da noch was bauen? Nein. Gut. Da gab es nämlich so ein erweitern, der, erweitern, der Lebensenergie, egal. Und dann einfach hier schön in die Mitte zielen und Luigi macht BAMS! Und damit ist der Kolkon gebrochen. Und der Toad möchte uns vorzeigen, was wir denn tun müssen. Oder auch nicht. Denn nur wir können dort. Oh. Hallöchen, Königsspinne! Ja, das ist die gute Königsspinne. Und wieso bewegst du dich nicht, Luigi? Und ich glaube, jeder weiß, was man hier tun muss. Ich glaube, so dumm ist niemand. Und zwar... In his ass! Badass! Und dann dreht sie sich um und dann einfach nur noch von links nach rechts richtig schießen und man tötet sie ganz getrillt. Oh yeah! Oder auch nicht! Denn natürlich hat sie ein zweites Leben. Das wäre ja sonst zu chillig gewesen. Und jetzt dreht sie vollkommen am Rad. Ja. Ja. Die alte... Alter! Ist das auch ganz chillig jetzt? Nein! Geil Sehr schön habe ich das gemacht Ach komm Spiel Seriously Der Skill lässt geradezu wünschen übrig Möchte ich mal sagen Ähm Lol Ich habe den Toad weggeschossen Luigi Hat anscheinend derzeit keinen Bock mehr Stirb Stirb Toadie Schönes Leben da dran Der Typ hat sogar überlebt Der Typ ist krank So Doppelte Lebensenergie mitnehmen Der hat am Ende hat der gecheatet Der Boss Leute Nur deswegen hat er gegen mich gewonnen Weil er am Ende gecheatet hat So Ich habe nämlich das grüne Ding überhaupt nicht berührt Der hat gecheatet Der hat sowas von gecheatet Naja egal ich will mich darüber nicht aufregen Die Fels davor die waren unnötig Jetzt Sind wir ja zum Glück wieder bei ihm Nicht wahr Dude Das geht ab Und das meine ich mit ja die Parts werden immer länger denn pro Fail wird natürlich der Part auch länger Das ist natürlich ganz klar So ein bisschen was hat er ja hingekommen Der Gute Luigi jetzt renn Doch Du musst rennen Du musst rennen Du musst ja alles No life Der Gute Alter jetzt Beweg dich mal Einfach rennen Einfach rennen Einfach rennen Einfach rennen Boom Das war luck Das war sowas von luck Ich wollte ihn eigentlich gar nicht an der Stelle hier treffen Stirb Also wie gesagt wollte ich eigentlich gar nicht den treffen Ich wollte ihn eigentlich an so einem Bein treffen Aber gut Dann bist du down Das ist mir eigentlich grad vollkommen egal Dankeschön Spiel Luigi jetzt bewegt Ich hab immer so viel zu leben Ne So Let's go Into the Star Unnötige Fails in dem Part Ich hoffe er hat euch gefallen Die Fails Die Fails gibt's den Daumen hoch Bis dann meine Freunde Und tschüss Und aqui ist's Ja Ich habe so viel zu tun Ich habe so viel zu tun Ich habe so viel zu tun Ich habe zu tun Ich habe so viel zu tun Ich habe jetzt Und hier habe ich